Was passiert, wenn du bei Ikea beim Clown erwischt wirst? Du wirst vermöbelt AAAAAAAH BCDFGH You're watching Edithia's Vlog Hey, komm zum Vlog Vlog Wo für so? Geil, oder? Was ist das denn? Das zeige ich am Ende vom Vlog. Also dranbleiben. Wir machen jetzt mal ein bisschen für den Vlog, weil wir ein bisschen Auto von der Schrank haben. Es gibt 9-11er. Was sagen Sie krass? Komplett neues Design. Alter. Und der neue Makam. Was hat der Kost? Auch neues Design und natürlich so neue Technik. Aber so genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Makam ist nicht mein Gebiet, weißt du. Also 9-11 war er schon. Ja, klar. Kostin auch? Ja, ja. Nice. Morgen. Okay, tschüss. Kennst du meinen Schreibtisch? Mein Schreibtisch ist echt bekannt. Lustiger Witz. Dankeschön. Tschüss. Okay, kann mir einer von euch sagen, was das jetzt schon wieder soll? Das geht echt nicht. So was ist nicht in Ordnung, okay? Oh. Oh mein Gott. Als ob. Als ob. Als ob. Seht ihr, was ich da sehe? Das ist ja voll geil. Ey, der Schuss. Äh. W-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w. Ich rutsche doch schon zurück. Komm nicht mehr. Da ist jemand. Ich weiß. Wer ist da? Mein Fuß. Joomst du gerade? Nein. Ich kann gar nicht so mitlaufen. Das ist gar nicht wieder machbar. Ich kann nur fokussieren auf den Punkt. Aber ich kann doch so. Dann schauen wir uns jetzt. Plip, 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 plip. Alles in gutem Breitishat. Das war schon nicht. 23. Bro, Haare. Alles Haare? Was? Ja. Kommt so ein Typ. F***. Wie ist der? Wir drei gehen zu. Was? Taxi. Nein, nicht Taxi. Entschuldigung. Und dann standen wir da, in meinem Raum, ganz viele Anziehsachen. Alter. Meint die so, ja länger meinst du, gell? Hab ich gesagt, ja länger. Hab ich gesagt, ja länger. Hab ich gesagt, ja länger. Hab ich gesagt, das geht nicht. Was krieg ich, wenn ich das schaffe? Die Cap hochzuwerfen? Du hast das Rinder wieder auf den Kopf. Ich trage übrigens nur, um in Videos andere Charaktere zu spielen. Sicher meine Cap. Ich krieg 5 Euro, oder? Scheiße. Sei aber so. Au. Ah. Wir geht. Ah. Das war fast. Weißt du, bei einem Typ mit dem Zimmer war irgendein Verbandwechsel. Mhm. Ah. Wehe. Also. Make-up. Mach's raus, ey. Mach dich raus. Mach dich raus. Da hast du die Tür. Was? Mein Haus hier. Ja. Hat gesagt, na das ist Reis. Hat er gesagt. Super. Nein. Au. Ah. Das Zehn. Magische Kugel in meinem Schritt. Teil uns die Wahrheit mit. Schriebegrüßern. Ineptiers. Fuck. Wenn ich auf den Bildschirm gehören stelle, dass der so oben drüber ist. Das ist schon ziemlich krass eigentlich, ne? Ja, das stelle ich wieder zurück. Das ist dumm. Alter. Was? Jetzt habe ich so viele Ikea-Bleifstifte. Das ist auch krass, oder? Scheiße, Mann. Ist das das? Hey. Das war letztes Video. Einige für's Zuschauer bei diesem super tollen Vlog. Und, äh, ja. Bis nächste Woche Freitag. Tschüss.